Okay, nächste Programmvorschau am Start. Ihr kennt es ja jetzt mittlerweile, jetzt auch nichts Neues. Ich muss mir da jetzt auch immer hier so ein bisschen gesittetes Thema raussuchen, dass ich nicht gleich wieder bei YouTube rausfliege. Aber das ist natürlich jetzt auch trotz alledem ein wichtiges Thema. Gibt es natürlich Leute, 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 Leute. Es gibt natürlich noch ganz viel mehr, jetzt sage ich jetzt nicht Überraschungen, aber ganz viel mehr Content. Und ja, das gibt es doch gar nicht. Doch, 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 doch. Auf jeden Fall zu schauen bei VK, bei BitChut. Wenn ich es dann mit auf Odyssey und Rumble hochgeladen kriege, dort auch. Auf jeden Fall erscheint es auch bei Wake News Radio, Wake News TV. Dann wieder natürlich den entsprechenden Link kopieren, zu welcher Plattform ihr dann gelangen möchtet. Tja, und dann hoffentlich bis gleich. Tschüss.